Hi, Willkommen zurück bei Alien Isolation. Wir haben jetzt hier zu der Kommunikationsbrücke irgendwie durchgeschlagen, aber wir haben noch was übersehen. Wann habe ich das doch schon gemacht? So, gerade aktualisieren, gut. Ich muss mal gucken, ob ich hier noch mal zurück kann. Weil da unten haben wir doch beim letzten Mal eine Tür übersehen. Also das heißt nicht übersehen, wir waren da gar nicht drin. Die wir mal so aufmachen können mit dem Gerät. Mit dem komischen Werkzeugschlüssel. Und da wollen wir mal gucken. Ob man da zurückkönne, ohne dass uns das Alien-Door in irgendeiner Form einen Strich durch die Rechnung macht. Aber eigentlich sollte ja... Na, wo bin ich denn jetzt? Ah, klettern? Stimmt. So. Uh oh. Oh, was ist denn da? Oh, was ist denn da? Ladungspack haben wir voll. So. Wo war denn das? Das war Duhinne, oder? Ja, hier ist doch was. Was? Momentar voll mit Schrott. Und hier ist nichts, aber können wir noch irgendwas herstellen? Blendgranate, Bindemittel, Sensor, Sprengkapsel, sowieso nicht. Momentar voll. Schrotthammer. Oh, ein Geräuschmacher. Aber es ist ja gut, dass wir da nochmal zurückkommen sind. Aber wir wollen bei Munition, da ist ja noch richtig was Brauchbares. Okay. Geräuschmacher, wir brauchen Ladungspack, Sensor und Impfpistole. Ja, okay. Also müssen wir uns entscheiden, ob wir Medikits oder Geräuschmacher bauen können. Hier war's, äh, gemütliche Eck zum Chille. Äh, was? Altmodischen Türe. So. Dann gucken wir mal, dass wir uns jetzt wieder an dem Ursch hier weiter schleichen. Kann ich das da jetzt holen? Ladungspack, genau. Da haben wir uns verbraucht. Okay. So ist das schön. Kein Alien. Keine Androide. Einfach nur da rumlaufen. Herrlich. Ähm, geht gut. Die andere Androide sind hoffentlich noch beschäftigt. Ich kenne halt was von unserem kleine Stunt hier mitkriegt. Hoffentlich. Ja, schaut doch gut aus. So, haben wir ja schöner Geräuschmacher. Eignet sich doch bestimmt auch gut um so Alien-Moabse-Lenke. Zentraler Kommunikations-Hub. Zugang nur für Sixen-Personal. Okay. Können wir immer hier nochmal speichern? Wunderbau, bau, bau, 보여. Er hat uns wohl noch nicht gesehen. Nee, hat er wohl nicht. Komm, Kommunikationszentrum. Hier muss ich lang, okay. Was ist mal meine Legende? Was. Hm. Okay, ich würde sagen, ich gucke mal. Hier ist noch ein bisschen der Schrank. Okay, da ist nichts. No Access. Also war grün. Das heißt, ich habe Access. Okay, was haben wir dann hier? Schönes Bindemittel. Ne Magere. Komponente. Wie funktioniert das nochmal? E. Gut, privat. Ah, das war der Funkspruch, der immer gehört hat. Der ist wohl nicht so ganz ankommen. Borgang nicht gestattet. Oh, die sind beschädigt, boah. Die entfernen sich jetzt. Uh, nein. Muss noch was kommen? Waits, Colonial Marshal. Ja, die haben ja ernstes Problem, das kann man so sagen. Kommunikation mit der Außenwelt nicht möglich. Na super. Zubehör. Und da ist nichts. Okay. Schrank. Okay. Hier ist ein Schacht. Neuverkabelung. Ah, Neuverkabelung. Was können wir dann hier neu verkablen? Ähm, Kamerafeed aktiv. Kamerafeed können wir doch mal ausschalten. Braucht eigentlich niemand. Luftreinigung ist da unten. Okay. Keine Zubeisung, keine Zubeisung. Systeme wählen. Kann man Raum wechseln? Okay, gibt keine Ahnung. Okay. Wir haben die Kamera ausgeschaltet. Das ist schon mal gut. Ah. Externe Kommunikation auf Anordnung von Apollo deaktiviert. Ach, Neuverkabelung. Alle ausgehende Nachrichten gestoppt. Oh, na super. Interne Kommunikation auf begrenzten Kanälen möglich. Es muss noch jemand in der Station sein, den ich kontaktieren kann. Hier ist noch ein Schacht, der Waits Unit, ähm, die Taurus kontaktieren könne. So, also ich würde sagen, du und in der Androide-Formap ist er nicht. Ich glaube, das wäre ungesund. So, wo ist hier? Wo bin ich hier? Während sie dehnen. Oh ja, cool. Wow, wow, wow. Ach ne, das war nur das komische Ding, wo Zugang ist. Ich glaube nicht, dass mir hier Sinn wäre. So, ein gutes Rad ist jetzt teuer. Okay, funktioniert das Ding nicht richtig. Ist das die Tür? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Fuck. Oh, oh. Oh, oh. Oh, Mann, 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 was macht der du? Im Zweifelsfall wird der hier die Systeme bedienen, würde ich sagen. Ach Gott, dabei habe ich mich verschrocken. Ich habe jetzt gerade meine Katze aufgestanden. Oh Gott. Also, ihr wisst, was das heißt. Alien hat auch eine Katze. Kennt man aus dem ersten Film. Und aus dem zweiten. Zweit? Warte, am zweiten liegen die dabei? Doch, klar, am Anfang natürlich. Wo es eine hofte Sicherstation war. Insofern, bis gleich. So, jetzt ist meine Katze raus. Und ich habe eigentlich gehofft, dass die mir hier die Kraul abhält. Also, mir müsse irgendwie an dem Androide vorbei. Gegebenenfalls an denen. Wenn es mehrere sind. Ne, stopp, hier kommen wir hier her. Revolver bringt mir hier wahrscheinlich nichts. Wir tun Vorsicht. Zwei Warmor auf einer. Ah, da habe ich zu wenig. Nein, ich will Kenny. Bau. Ah, habe ich ausgewählt. Okay. Rechts zur Moorstaste ist zielen. Rechts platzieren. Oh, das kann ich platzieren. Oh, mein. Oh, nee. Das gibt es nicht. Das sind zwei. Warte mal, ich könnte jo... Von Anfang bis Ende. Das ist noch nicht abgelenkt. Weg, 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 weg. Wow, okay. Kann ich nicht helfen, wenn ich sie nicht finden kann? Das soll ich mich auch nicht finden. Also, das ist schon Absicht. Das ist noch nach dem Nachgehen. Hoffentlich nicht hier. Und bei mir. Ich bräuchte auch Hilfe. Insofern... Das ist ja was. Ja. Hallo, ist da jemand? Mit mir jemand ist und kann. Wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole. Wir brauchen Rettung. Bitte um Arschung. Kann ich hier nix machen? Mit mir jemand ist und kann. Ach nee, hier bin ich herkommen. Okay. Wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole. Wir brauchen Rettung. Bitte um Arschung. Reaktivieren Sie Samuelskommunikation. Gute ungesund aus. Immer lieber Molto ohne Anna. Was, 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 was? Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit, holy shit. Holy shit, Herzkasper. Holy shit, holy shit, holy shit. Weg, 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 weg. So, wieder sehr schmau weg. Hä, was ist denn das? Okay. Was? Hallo, was ist? Holy shit. Alter, Vater. Mein Herz, ey. Alarmsystem. Warte mal, da war doch aber so komischer Android. Ich muss aber hier mal Sicherheitshalber hier mal stehenbleibe. Ist die Frage, wieso war der Androide hier halb tot? Gut. Okay, jetzt erst mal sammeln. Was müssen wir machen? Und hier ist erst mal nett, den Deckel los. Und dann, warte mal, hier kann ich das hoffentlich sicher machen. Muss. Was ist denn das nochmal? Neuverkabelung, da war er mal. Muss hier hin. Wo auch immer das ist. Hier irgendwie. Hier ist zu. Keine Ahnung. Mal hier eigentlich was sowas hin. Boa. Neue. scrunch. Okay. Wenn mir natürlich Sorgen bereitet, ist der andere Androide. Was ist denn hier irgendwie? Okay. Hier ist scheinbar keiner drin. Oh. Ich muss aber hier schon mal um. Puh. Noch ein bisschen durchschnaufen. Okay. Hier ist wahrscheinlich wirklich keiner. Nicht gestattet. Nicht gestattet. Velosterpool. Nina Taylor. Aha. Das ist schon mal angekommen. Mhm. Neuverkabelung. Was kann ich denn hier machen? Das ist der andere, wo man doch schon mal wahrscheinlich war. Ja. Das System haben wir alles ausgeschaltet. Würde es sagen. Gute Frage. Na. Ich will jetzt mal hier rin. So. Aus einer Etappe. Na. Wahrscheinlich. Wir müssen in den großen Raum. Warte mal. Warte mal. Wo kommen wir jetzt hier hin? Okay. Aber hier will ich doch gar nicht hin. Ne. Ich muss in den anderen Raum. Dann müssen wir nochmal zurück. Ich kann die Tornik machen. Ich kann die Tornik machen. Ja. Dann müssen wir mal weiter. Dann müssen wir mal durch. Kann ich nicht hier durch. Ach. Da muss ich mal ein paar Diäte machen. Muss auch da durch. Ach. 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 Pfeil nach links? Puh, keine Ahnung was das soll Oh, 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 ich seh hier was, ich seh hier was, ich seh hier was wunderbares Jungs, das machen wir sofort Wow, okay Und was ist das? Ähm, wir haben es gespeichert Und ich würde sagen, das sammeln wir beim nächsten Mal auf Und dann geht's auch schon weiter Und ich würde sagen, bis denne, ciao